Bonio meine Freunde in der leichten und leichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Minecraft Mark und endlich ist die Studienwaffe nicht mehr alleine, sondern zusammen mit Piddo, mit dem C-Expert. Hallo. Na, wie geht's dir? Gut, danke. Wie geht's dir, mein kleiner? Oh, Calculation Press. Ich glaube, ich muss mal wieder bei Kev klauen. Es wird immer wieder Zeit zu klauen, denn wir stellen in dieser Folge unser verdammtes Terminal mal fertig. Was hast du vor? Erzähl mir. Ich habe Bäume gefarmt. Äh, geil! Okay. Ich habe hier unendlich Holz, ist hier bewusst. Ja, ich weiß. Hat mich auch schon ein bisschen deprimiert. Das kannst du jederzeit nehmen. Nee, aber will ich nicht. Aber ich habe so viel. Ich will aber eigenes Holz. Ich habe wirklich viel. Willst du meine Holzfamm sehen? Nee. Oh Manu, ich komme jetzt voll zu dir. Guck mir deine an. Wie dein arrogantes Mindcard da rumfährt und einfach Holz einsammelt. Ja, das ist ein arrogantes Mindcard. Ich liebe das. Ist halt echt arrogant. Denkt sich so, ja, ich fahr jetzt hier rum und sammle alles an, was mir okay rumkommt. Weil das auch voll das Assi-Card ist so. Weißt du, das redet auch so. Jetzt schwarz rum. Alle haben voll die modernen Hütten. Das ist voll schick. Oh verdammt. Ich dachte, ich kann es austricksen. Bam. Hast du Caps unendliche XP-Farmen gesehen? Ja, was denkt sich dein Kart jetzt, hä? Nichts. Doch. Ich habe eine Schiene abgebaut. Was? Warte. Dach, ein Baum gewachsen und das Kart, denkt sich, ich baue ihn jetzt ab, den Baum. Aber geht nicht. Hast du jetzt mein Kart verarscht? Ja. Der Scheiß ist grad persönlich geworden. Du kriegst gleich so von mir auf die Fresse, wenn ich die sehe. Hast du echt mein Kart abgebaut? Hä, nein. Aber die Schiene. Aber auch nur, weil dein Kart so arrogant war, man. Paluten. Ist das ein Gleis? Moment, wenn Paluten kommt, dann heißt das auch. Ist das ein Gleis? Auch nicht dein Ernst, Tim. Hä, was denn? Kann doch weiterfahren. Alter. Bauen wir mal bitte wieder an. Zack. Kein Scheiß jetzt, weil ich will das nicht nochmal neu alles programmieren. Das ist so ätzend. Das dauert dann wieder richtig lange. Echt? Ja, wenn du das abbaust, musst du das alles nochmal neu einstellen. Oh. Das wäre echt uncool. Tut mir leid. War ein Spaß. Ja. Jo. 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 Und Dena ist auch da. Oh Gott. Meinst du nehmen sie zusammen auf? Ja, machen die. Das heißt, das ist nicht gut für uns. Warum? Das ist eine exklusive Mischung. Wollen wir die töten? Pun intended. Pun intended. Oh, ich wohne direkt unter Dena. Wie der ist ja einfach. Du wohnst unter Dena? Ja. Lass die zerstören. Der wohnt ja da oben. Lass die zerstören jetzt. Ja, soll ich den Berg aushöhlen und dann? Ja, einfach, einfach und dann eine Atombombe. Okay. Bevor der seine zündeln kann. Der hat zwar keine. Ich rede auch einfach wie so ein Spasti, Leute. Es ist wieder sehr spät. Damit der seine zündeln kann. Was ist los mit mir? Damit der seine zündeln kann. Hilfe. Ja, so ist mein Name. Hilfe, habe ich gesagt. So, mal gucken, was mache ich jetzt überhaupt. Ich werde mit meiner Turtle jetzt nach unten gehen und wieder ganz viel Diamanten sammeln. Lass sie mit unseren Kampfschreien anschreien. Okay, auf drei nochmal, ja? Eins, zwei, drei. Meins war länger, deswegen auch lauter und kraftvoller. Meins war länger und deswegen auch lauter. Genauso funktioniert das in der echten Welt, Leute. Meins ist länger und deswegen ist es lauter. Okay, gut, dann mache ich mal schnell die Press in the Schmess of the Hess. Will Hoff. Kennst du David Hesselhoff? Ja. Kennst du David Hesselhoff? Nip. Achso. Weiß wen ich auch kenne. Deine Mutter? Nein, ich wollte es sagen. Pun intended. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Zack. Alles gut, das tun wir mal wieder hier rein. Den anderen Schritt bringen wir mal kurz, ich wollte gerade sagen, Keff zurück. Oh Gott. Ach, jetzt noch. Okay. Wieso ich das Keff zurückbringe? Jo, wie das einfach komplett verfolgt, ey. Du bist verfolgt? Ja, von einem Skelett. So ich dir helfen? Also richtig penetrant. Soll ich dir helfen? Ja, bitte, komm kurz. Ist es dein Freund? Ne, ich kann gerade wirklich nicht. So. Ja, dann nicht, Mann. Dann muss ich gerade schnell zusammen machen. Und dann habe ich nämlich mein Terminal. Ich laufe jetzt hier durch irgendwelche Höhlen und fange dann hier einfach mal an. Tim, ich habe bald mein Terminal. Einen Raum zu machen? Mein Terminal habe ich bald Tim. Tim. Ich habe bald mein Terminal. Oh, verdammt. Tim. Das ist falsch. Tim. Ja, Mann. Ich höre. Tim, ich habe jetzt mein Terminal. Tim, ich habe es. Ich habe es gemacht. Tim? Tim? Tim, ich habe jetzt mein Terminal. Okay, gut. Dann bringe ich mal kurz die geklauten Sachen zum Keff zurück und dann bauen wir uns ein paar Storage Units und dann können wir eigentlich schon fast ready, ne? Oder sind wir das, Tim? Machst du ein ME System Terminal? Yes. Ich bin gerade fertig. Okay. Auch cool. Weil das habe ich auch vor. Echt? Nachmacher. Das ist voll gut. Das hat Keff auch. Jetzt habe ich kein Fackeln und kein Holz mit. Verdammt. Oh, ist das Dehner? Oh mein Gott, das ist Dehner. Ah, 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 ah. Stirbst du? Jungs. Ja, Mann. Nein. Das brauche ich nicht. Was ist denn das? Ne. Puh. Expert findet euch und Expert wird euch töten. Hä, was? Wir werden euch töten. Nein, lasst mich in Ruhe, lass ich mich töten. Würde euch töten. Ey, hör auf, ich habe ein Schwert. Ich habe ein Schwert. Kämpft ihr gerade da oben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, hilf mir, hilf mir. Okay, ich komme kurz. Komm, warte, warte. Hilfe, Hilfe. Nee, ich komme eigentlich nicht, weil ich bin voll weg. Aber ich habe keine Fackeln. Komm drauf, komm drauf, Dehner. Ah, ah, ah. Was machst du hier? Du bist gerade in einer anderen Aufnahme. Was machst du hier? Ups. Ey, flieg nicht weg. Nein, nein, ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Dehner, ich möchte. Dehner, ich habe nicht mehr viel Leben, die du hast. Wir sind hier oben. Pst, fern nur weg, Leute. Einfach nur weg. Habe ich noch? Okay, reicht. Wo ist Tim? Ich bin ganz weit weg. Wo ist Paluten? Paluten ist hier, aber der kann nicht, wenn er aus seiner Aufnahme raus tappt, dann crasht sein Game. Deswegen kann er uns nicht besuchen hier im TS. Der ist soweit bei Skype mir zugeschaltet, aber ich bin Trin Slater. Ich kann alles, was er sagt, nochmal sagen. Okay, dann mach das bitte. Ja, möchte ich auch. Paluten, wie geht es dir? Paluten, wie geht es dir? Ihm geht es... Ihm geht es gut, aber wie geht es euch? Auch gut. Paluten, wie geht es deiner Mutter? Wie geht es deiner Mutter? Paluten, ja. Okay. Seiner Mutter geht es blenden. Oh, dann hast du jetzt was anderes erzählt. Ich soll fragen, wo seine Chester ist. Habe ich vielleicht noch. Hab er vielleicht noch, sagt er. Ach, das warst du? Ja ne, der Stege hat mir halt die zugeworfen, glaube ich. Oder so. Vielleicht. Okay. Oh, Diamanten. Ne, er hat den dir gegeben, meinte er. Sag Paluten bitte, dass ich Diamanten gefunden habe. Ne. Boah, das ist voll kompliziert euch beiden immer. Ich weiß noch mal nicht, wer gerade was überhaupt gesagt hat. Okay. Sag, was macht ihr denn gerade? Äh, was wir machen, also ich hole mir gerade Äpfel. Mhm. Brauche ich nicht. Und irgendwie ist King Jonge... King Jonge G-Pack holt sich die Äpfel irgendwie gerade nicht. Wo ist denn King Jonge Pack? King Jonge Pack. King Jonge Pack, Alter. King Jonge G-Pack. King Jonge G-Pack. Ja, dann ist das cool. Hä, hab ich jetzt zweimal Calculation Process gemacht? Bin ich blöd? Ja, hab ich auch gesehen. Aber was hast du denn hier, wie lange bist du schon da? Ich hab ja gar nicht mitbekommen, während ich weg war. Zwei, drei Minuten. Nein. Das ist hier dein Haus mit der wahrscheinlich, ne? Ja, ne? Was für eine Energie ist das denn hier? Atom. Nee, Transfer Pice mit extra Utilities und dann geht das rein in was? Was für eine Energie ist das? Industrial Craft ist das alles? Ach so, bei mir bist du. Ja, das ist EU. Das ist, äh, genau. Ah, okay. Das Kart baut das ab, die Holzdinger, dann werden die automatisch gebraten und dann werden die... Du hast doch einen ME-Controller. Ja, hab ich gerade fertig. Wie viele Generatoren hast du denn? Zwei nur. Ach so. Brauchst ja für nix gerade. Ich hab ja auch schon Nano-Rüstungen. Echt? Ja. Wow, okay. Rest hab ich eigentlich auch, aber die brauch ich halt nicht. Und was hast du für einen Energiespeicher? Äh... Paluten, du redest die ganze Zeit keinem, wenn die anderen reden. MFE, MFE halt. Paluten. Weil... Ach so, MFE auch? Jaja. Ach so, ja gut. Weil sonst dauert das ja ewig, oder? Also bis so ein Ding aufgeladen ist. Leute, ich glaub ich muss nicht bei euch wieder verabschieden. Aber ich find das... Weil sonst versteh ich Palle gar nicht. Das ist auch irgendwie blöd. Aber ich wollt euch auf jeden Fall kurz Hallo sagen. Hi. Hallo Dina. Wo wohnst du denn, Tim? Dass ich noch ganz kurz einen Überblick darüber mal sehe. Ähm... Sollte ich dir mal nicht sagen, bevor mein Haus weggespringt wird. Wenn du es nicht sagst, dann spreche ich alles in die Luft. Oh nein, sag dem das nicht. Aber wenn ich dir nichts sage, dann weißt du nicht wo ich wohne. Das ist ja vollkommen. Dann spreche ich ja alles in die Luft. Nein, ich wohne unter dir quasi. In der Höhle. Echt? Ja. Das such ich mal. Wie lange bist du jetzt schon im Projekt, äh, Tim? Das ist die 16. Folge hier. 16 Folgen schon! Hä, wieso hab ich das nicht mitbekommen? Doch, das stimmt. Du warst ja noch im Projekt, als ich auch noch da war. Aber direkt, als ich weg war dann. Und, und wie lange bist du jetzt schon da? Ich? Ja, Smurf. Äh, das ist meine 32. Folge. Nein! Doch. Stumpfel, du lügst! Doch. Lüg doch nicht! Jemand ist betrunken. Also, einer von uns lügt jetzt los. Also, bist du da, wo Broken Suns geschrieben hat, geh bitte weg? Hast du Mindfactory Sachen? Red Net Energy Cable und sowas? Tim? Ich? Ja. Äh, ja. Hast du hier so ne kleine Baumfarm auch in der Mitte? Ja. Ne, mit so ner Turtle? Ne, das bist du nicht. Mit ner Turtle, ja. Doch. Meine Turtle, stimmt! Leute, das ist ganz schön. Ich muss mich jetzt aber wieder verabschieden, weil sonst ist blöd mit Patrick. Der ist sehr vereinnahmt in unserer Beziehung. Patrick? Der möchte mich immer für sich haben. So ein Luder. Ha! Pun intended. Bleib bei mir. Tschüss. Deswegen geh ich jetzt wieder weg. Aber macht's gut, meine lieben Jorges. Tschüss, Jorges. Tschau. User disconnected from your channel. Oh man. So, okay. Jetzt kommt wieder Ruhe in unsere Folge. Ich hab Angst um mein Haus. Alles ehrlich. Ja, das ist auch echt ein ziemlich unkluger Punkt von dir gewesen. Ja. Upsa. Noch haben wir ja die Zeit. Aber eigentlich wohne ich ja da drin, weil du da mal gewohnt hast. Oh. Ich hab da nie drin gewohnt. Ja egal. Aber Pallude. Irgendjemand meinte Gravel. Irgendjemand hat Gravel gesagt, Tim. Irgendjemand hat Gravel gesagt. Hä? Wofür? Hier ist aber kein Gravel. Ich find meine verdammte Turtle nicht mehr. Achso. Gib einfach den Chat ein. Echt? Warte, warte, warte. Slash. Ich hab meine Turtle. Oh man, ich wollte dir jetzt einen coolen Command geben, der nicht klappt. Echt? Was hättest du gesagt? Slash. CC für Computer Craft. Computer Craft. Ja. Weil das ist ja die Modifikation von den Turtles. Und dann Search. Und dann den Namen deiner Turtle. Und dann hättest du die Koordinaten bekommen. Echt? Ja. Du hast doch grad gesagt, dass ich sie nicht bekomme. Hey, versuch doch. Willst du mich verarschen jetzt denn? Hast du mich grade Huren so genannt? Warte, so. Das tun wir mal weg, das tun wir mal weg. Marvel tun wir mal weg. Da ist die Turtle. Gut. Die tue ich mir gerne. Also letztes Mal hab ich aber mehr Dias gefunden. Echt? Ja. Weißt du ja, du warst ja auch dabei, ne? Ja. Ich bin letztes Mal in den Tunnel hinter dir gegangen und hatte die ganze Zeit diese Dance vorkommen, weißt du? Da wo mehrere drin sind. Mhm. Und ich hab dann irgendwie, in dem Stream war das. Und in dem Stream hab ich dann in einer halben Stunde ein Stack Dias gemacht. Oh. Das war richtig krass. Also ich hab eigentlich an allem bin ich ganz gut aufgestellt, muss ich sagen. Bis jetzt. Nicht schlecht. Nicht schlecht, sagen sie. Ich farm grad wieder ein paar Dias, um dich neidisch zu machen. Echt? Nur mich neidisch zu machen? Nein, um mal wieder welche zu haben, weil ich hab nicht mehr so viele. Ansonsten, ich würd ja immer sagen, bedien dich. Aber ich hab nicht so viel gefunden. Weil wenn sich Leute bei mir bedienen, hab ich auch bei denen irgendwann bedienen. Ja, deswegen mach ich sie nicht. Sonst krieg ich ein Dias und du direkt so ein, keine Ahnung. Wie? Ich bin Dias, was machst du so? Meinst du? Genau das mein ich. Äh, ach Leute, ich muss das nochmal kurz, ich lass mal kurz meine Turtle ein bisschen arbeiten. Denn sonst fühl ich mich echt so... Es war so verdammt dunkel, ey. Ja, das stimmt wohl. Zack, zack, zack. Sollte jetzt langsam mal wieder gehen, glaub ich. Aber... Du solltest wieder gehen. Bleib hier, Tim. Geh nicht ins Lecht. Tim. Bald sollte die Turtle auch durch sein, mal. Aber von der Geschwindigkeit ist es echt fast perfekt. Also ich lauf der hier so hinterher, farm die Erze ab. Und in der Zeit, in der ich die Erze abfarme, hat die Turtle wieder was neues gefunden. Okay. Das ist echt nicht schlecht. Oh gut, so. Kommt da noch was zu? Ach ja, da kommen sie. So. Zack. Nur... Also für dieses ME-System braucht man ja dieses Quarz, ne? Ja. Oh Gott. Wie viel? Braucht man da viel von? Von welchem? Von dem Quarz. Oh Gott. Äh... Äh... Nether-Quarz meinst du? Ne, Zettus-Quarz oder so. Ach so, Zettus-Quarz. Das heißt, jein. Aber das kannst du ja nachgucken. Du kannst ja nachgucken, auf welcher Höhe die spawnen immer. Ach so. Ach, das gibt's nicht so tief oder wie? Ne, das ist glaube ich auch auf 64. Ach so. Okay. 46. 46, 46. Da bin ich mal durchgegangen, da habe ich recht viel gefunden wieder. Ja egal. Warte. Wo ist mein Loch? Haha. Und äh... Sag ich dir nicht. Okay. Okay. Das ist ein Schwachsinn wieder gewesen. Gut. Okay. Warte. Wenn wir im Loch sind, dann gehen wir mal kurz hier weiter. Uh, hier geht's runter. Dann machen wir... Oh. Hier ist ein Gang. Einen Punkt, den wir uns markieren. Ich sag das jetzt in dem Video dazu. Das heißt hier. Und dann geben wir mal hier hin. Cinnabar. Ne, und dann werde ich in die Runde richten. Braucht man Cinnabar für irgendwas? Ja, auf jeden Fall. Weiß ich noch. Das ist ein Megapräg, glaube ich. Aber für ganz komische Sachen nur. Wofür braucht man denn Juju Meta? Ne, daraus kannst du alles machen. Echt? Ja. Ja, guck mal die Rezepte dafür. Obwohl die stehen, glaube ich, nicht in dem Nuts Items Ding. Aber... Also im Megapräg war es so, dass du aus Juju Meta alles, also quasi alle Rohstoffe machen kannst. Okay, krass. Ja, ich habe Dings ja nicht so krass verfolgt. Ja, ja, außer meine Folgen. Ich weiß schon. Tims Folgen habe ich echt immer geguckt. Hä, echt? Wie sehr, Alter? Ich kannte den ja nicht früher. Oh, Mann. Guck mal, wie er sich direkt was drauf eingebildet. Oh Mann, du. Natürlich habe ich die gesehen. Ne, bei dir habe ich tatsächlich geschaut. Und bei Simon... Ich antworte jetzt nicht mehr drauf. Ich Concrafter. Das wäre ich wieder... Die habe ich alle. Enttäuscht. Ich habe nur das bei dir auch am Anfang gesehen. Bei dir habe ich voll lange nicht geschaut, weil du deine Turtle programmiert hast. Und darauf bin ich überhaupt nicht klargekommen. Weil du... Ich habe nur die erste Folge gesehen von dir und dann war das so... Welche Moritz mit einem Programm? Und dann hast du da so eine halbe Stunde lang was getippt. Und ich dachte mir so... Was geht bei diesem Jungen? War fasziniert. Dann geschockt. Dann leicht angeturnt. Dann wieder fasziniert. Dann war ich nackt. Hättest du mal kommentieren können. Ey, das ist scheiße, was du da machst. Habe ich mit meinem anderen Account. Achso. Wie heißt der? Superflieger. Ah ja, kenne ich. Aber da habe ich geblockt direkt. Ja? Ja. Weil der hat geschrieben... Hallo Tim. Hier einmal konstruktive Kritik. Ich finde das, was du machst, zwar echt erstaunlich, aber mich interessiert es nicht wirklich. Also hat mich halt richtig beleidigt, ne? Und so weiter. Und deswegen hab ich ihn geblockt. Ja, das war ich. Das war ich. Das war ich. Das ist typisch ich, weißt du? Ja. Viele Leute sagen auch, das ist klassischer Sturmwaffel. So. Warte, ich muss jetzt mal... Ah, Mann! Ich komm wieder zu nix, ey. Press. Die ganzen Press-Dinger. Das da hin. So, erstmal zweimal Silikon. Wir brauchen Silikon. Silikon? Mehr Silikon. War man hier bei deiner Mutter? Lol, jetzt weiß ich auch, warum ich zweimal die Dings habe. Weil ich Silikon habe ich Dings gegeben. Habe ich Kev zurückgegeben. Läuft bei mir. Dann mal ab zu Kev. Wir müssen jetzt nämlich drei Silikon haben. Wofür braucht man Silikon? Äh, um seinen Shizzle zu bauen. Also, du hast so einen Inscriber. Ne? Nennt sich das. Und da brauchst du so Pressen für. Und diese Pressen, die kannst du nur in Meteoriten finden. Okay. Außer, jemand hat die halt schon gefunden. Und das ist in dem Fall... Ja, Silikon hat da drei. Ähm, das ist in dem Fall halt Kev. Oder halt ich jetzt inzwischen. Dann kannst du die halt klonen. Ah, okay. Erspart dir halt den Findungsprozess. Äh... Oh, mein Schüttel ist fertig. Ne, was machen die da? Die ist leer oder so. Oh. So, das da rein. Hä? Muss ja. Oh, komisch. Oh, noch eine da rein. Okay, alles gut. So, jetzt haben wir alle Pressen nämlich. Es gibt halt vier Stück. Und die brauchst du halt dann, um diese einzelnen Komponenten zu erstellen. Also, da brauchst du dann immer so Quarz, Erze und so. So, das Aufwändigste ist halt tatsächlich diese Kristalle zu machen. Weil die, wenn du keinen, äh... Keinen so Growth Enhancer hast. Also so, damit der schneller wächst, die Kristalle. Verdammt. Die brauchen manchmal so acht Stunden. Aha. Ich habe einfach so sechs Tiers gefunden, nur. Ja, das ist ja okay. Aber ich habe jetzt ewig gefahren. Ich habe ein volles Inventar, ne? So, kann man mal... Oh, ich habe kein volles Inventar, aber... Macht ihr da eigentlich wieder irgendwas mit, äh... Bomben? Atombomben, ja. Weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich da nicht so den Überblick, muss ich sagen. Da kommt auf jeden Fall schon was. Oh, da ist hier viel Krabbel-Scheiße drin. Schade meine ich natürlich. Krabbel... Krabbel-tolle Sachen. Ähm... Glaub ich dir. Also... Oh, kurz in den rein, das tun wir mal weg. Das muss ich irgendwie zurückfinden. Aber das wird schwierig. Aber auch so, ich habe... Zurückfinden ist auch nie positiv. Oh, ich habe richtig viele Rubies, Alter. Ich kann auf jeden Fall mein Leben lang... Problemlos... Rubies machen. So, okay. Ähm... Die ganze Kiste oben aber noch frei. Äh... T-t-t-t-t-t... Leute. Hä? Äh, was machen wir? Hä? Das hier macht Licht. Silikon. Give me that silicon. So, machen wir eine. Ich kriege das noch hin. Oh, wir sind eigentlich, glaube ich, jetzt am Ende, Tim. Ja, ich muss noch kurz hier hoch gehen. Aber es ist wenigstens... Ja, jetzt ist wenigstens fertig, Leute. Dann bin ich auch gleich fertig mit meiner Farm-Folge. Echt? Ich farm immer, wenn ich mit dir zusammen was mache. Echt? Ja. Voll süß eigentlich. Ja. Oh. Aber ich weiß nicht genau, wie ich jetzt hier rauskomme. Weil hier bin ich auf jeden Fall nicht reingegangen. Aber egal, ich gehe jetzt hier irgendwie raus. Das ist egal, das ist egal. Einfach. Das ist einfach egal. Äh... Calculation... Press... So, kommt der nächste. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Habe ich da noch irgendwas? Habe ich hier noch vielleicht irgendwas? So, Calculation Press. Das mal da rein. Hier unten Silikon. Halt was da drin? Yes. Oh Gott, Tim. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, Calculation... Ach mal, hier ist überhaupt zeltes Quarz. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. Egal, das fahre ich jetzt nicht. Oh Gott. Aber das finden wir echt oft wahrscheinlich. Alles gut. Alles gut. So, warte. 4K. Das in die Mitte. Das war das, ne? Das heißt, das muss jetzt noch da oben. Okay. Lalalalalala. Das sind die andere Crafting Station. Die 4K Press. Hä? Das da. Das oben. Redstone und ein Quarzglas. Habe ich glaube ich sogar noch. Quarzglas. Redstone. Unsinn. So, 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 so. Oh, ich habe Angst, dass so gleich was runterkommt. Aber ne. Okay. Okay, gut. Dann müssen wir leider jetzt, äh... Leute, ich würde das so gerne jetzt noch zu Ende machen, weil ich bin richtig... Tu es! Tu es! Ich bin recht, ich gehe hier rein. Hä, wo bin ich hier rausgekommen? Ich bin... Ich bin bei Veni, glaube ich. Desmond, der Mondbär. Wenisburg? Ja, richtig komisch. Ah ja, stimmt. Wenisburg. Ich bin immer wieder irritiert. Okay, warte. Du hast halt richtig viel jetzt reingekommen. Äh... Letzt zur Zeit. Äh... Okay, da. Charged. Ist egal, ne? Ich besuche jetzt Paluten und Dehner. Gold, ne? Logic. Also Logic, drei Stück. Drei Logic noch. Ach Leute, ich will das so gerne noch zu Ende machen. Aber ich will nicht schon wieder so krass überziehen. Ich brauche noch Logik. 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 Aber ich hab... Ich hab nicht so viel... Nicht so viel... Crap. Jo. Er macht mich tot. Hä? Dene? Und das ist ein gemeiner Typ. Warum könnt ihr eigentlich fliegen? Gib mal Jetpack. So, zack. Gib mal. Direkt wie der größte Asien. Gib mal Jetpack. So, jetzt hab ich ein bisschen gespuckt auf dem Blüttel. Oh Mann, ich will auch rumfliegen. Ja, er ist ausgezogen. Yeah. So, zack. Und jetzt ausloggen. Okay, ich geh wieder drauf. Gott, Alter, ich brauch noch ein Crafting-Table. Gut, okay, ich lief dann auch. Nee, ich geh wieder drauf. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann mach ich auch noch die Storage zu Ende. Wie kann man mit Jetpacks schnell fliegen? Das sind andere Jetpacks. Tschüss. Hihi, er muss auf. Bitteschön. Tschüss. Du musst ja mir auch... Ah, danke. Nein, Paluten nicht aufsammeln. Okay, dann logge ich mich auch raus. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Tim und euer Frederik. Ciao. Hm. Hm. Tschüss. Tschüss. Tschüss.